Hey, ho Leute und herzlich willkommen zurück zu Dark Tales Remastered und wir schauen uns unseren Geldspeicher mal an. Was haben wir denn alles schon hier? Wir haben den größten Diamant da. Dann haben wir hier die Münze von Dark Dracula, äh, Graf, äh, Dracula, Dark Wars. Und den Rückenkratzer oder das Zepter. Und jetzt gehen wir jetzt. Äh, was kommt als nächstes? Der Mond kommt als letztes. Das weiß ich. Jetzt kommt nämlich, Achtung, Himalaya. Let's go! Oh! Oh, das ist sehr smart. Oka, Scrooge. Das hat mich gesagt, die letzte Sache, die diese Expedition braucht, ist ein wirkliches Lassbett. Ach, ich werde genug Probleme haben, zu schauen, nach dem Launchpad. Dark Tales, wuhu. Sehr geil, sehr geil. Oh, jetzt kommen hier Hockeyspieler. Warum zur Hölle Hockeyspieler? Oh, ja. Ach, ich habe gesagt, ich habe gesagt, dass du in der Mitte des Ranges, nicht in der Mitte des Ranges. Ach, Herr McD, ich dachte, dass dieser Rangeschritt war. Die einzige Rangeschracken hierher sind diejenigen, die in deinem Kopf. Ach, wir sind nicht mehr nahe der Shadow Pass, und der Krone verloren verloren. Jetzt fixe diese Rangeschracken, damit wir nicht auf die Luftfläche kommen. Und auf das, Mann. Ich werde dir die Stunde bezahlen. Und ich werde dich bezahlen, dass ich mich für die Zeit. Kein Problem, Boss. As long as I have this fuel regulator, we're as good as... Whoopsie-daisy! My mom always said I was a Butterfingers. Oh, no. Please tell me you've got another one of those. Sure, I do. But it's back in Duckburg. Launch! Don't worry, Mr. McD. I'll climb down and get it. You'll do no such thing. I'll get it. You stay here and try not to cause any more damage. Okay, you're the boss. Sehr geil, dieser Quack. Den habe ich immer geliebt in der Serie, eindeutig. Heia, what? Da geht's ja direkt schon mal los. Die Teile hüpfen ja. Wow. Lol. Hier kann man feststecken. Lol. Also damit komme ich gerade gar nicht klar. Jaaa! Ajo. Lol. Das ist ja viel zu arg. Nein! Ich seh's nicht ein. Die Ziege regt mich auf. So. Alter. Ähm. Soll ich da hoch oder runter? Ne. Runter eher. Also, mit den Mobs komme ich gerade gar nicht klar. Müsst ihr wissen. Weil die immer hoch springen, wenn ich nicht weiß wann. So. Was ist das da? Aha! Jackpot! Ha! Jaaa! 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 Ich bin zu lang. Die Böse Bandit haben sich geschlossen. Ich habe die Päste schnell gefunden. Ich habe die Päste gefunden. Na toll. Das ist ja jetzt sehr geil. Warte, jetzt bin ich da unten. Okay, machen wir es so. Muss ich ganz runter? Warte. Ich überleg mir. Das ist gut. Lol. Da rutscht man ja. Nein! Lol. Lol, lol, lol. Oh, der Hase geht mir sowas von auf den Piss. Ah! Sag mir das mal jetzt ernsthaft. Ein Himalaya. Im Himalaya gibt es Eishockeyspieler? Okay, wer mag mir diese Logik erklären? Lol. Lol. Ich habe Angst vor den Eissapfen. Nein! nein! Hallo? Bist du doof? Hä? Was los? Ah! Nicht am Erfolg finden. okay auf die karte gucken machen wir es einfach weiter hier ist nein die spinne geht mir sowieso laufen ist nah anstatt so habt ihr davon lol das war nicht geplant aber egal lol alter schwede das hat es ja mal wieder voll in sich hier ich wusste willst du mich verarschen eigentlich jetzt bleibt der da hängen das ist ja nicht mehr schön so ja komm das geht ja nicht anders achtung so wieder ein teil geil okay was sagt die karte ach komm das hier machen wir jetzt noch fertig jawohl es hat leben gegeben ja ist nicht mehr weit ist ja und ich bleib in der spinne hängen in der oberstes ach so eine master teil so lol und ich bleib mal wieder stecken bämm 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 gut wieder hoch und dann da lang was so boah man der hase alter so leute ich bin gerade sehr konzentriert ich weiß gar nicht was ich so labern soll lol ja ich war erster 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 so alt so ich warte den jetzt extra ab bam damit er hier weg vom fenster ist okay dahin na toll ich muss wieder runter es war extrem scheiße wie ich jetzt gegangen bin ja du hässlicher hase so in diese richtung muss ich jetzt nämlich wort sie ist da für einen ich habe die dringende korte lol Was ist passiert? Scooge? Ooga ooga! Scooge, save Bubba! Da, da, little fella! Uncle Scooge is here to help! Scooge, save Bubba! Scooge, save Bubba! Scooge, save Bubba! Bubba, help Scooge! Bubba, help Scooge forever! Du weißt, ich könnte ein bisschen Hilfe benutzen, bei diesem großen Icebox weg. Was hast du gesagt, Bubba? Ooga! Ooga! In diesem Fall, follow me, love! Alter, was ist das für ein geiler Vogel, man! Ja, mach mir halt weh! Ey, ist ja geil, girl! Der hilft mir jetzt! Aber du bist leicht behindert, nur so! Komm mit! Nein! Lass den Hasen! So! Wow! Du küsst mir hier! Der Typ ist gut! Der Typ ist gut! Der Typ ist gut! Er ist richtig gut! Und jetzt ist gut! Wer ist das alles frei hauen? Woah! Mann! Lol! Wo ist denn der? Wo ist denn meine Bubba oder Bubba? Genau da ist er, der alle! Ja, danke dir Ich danke dir Dankeschön Nein Das hättest du jetzt nicht machen dürfen Baba Das hätte er nicht machen tun sollen Ich frag mich jetzt nur Wie der da herkommt Weil Der hatte jetzt doch gar nichts mit der Story Alles so zu tun Deswegen ist es mir jetzt ein Rätsel Lol Und ich hab wieder diese Probleme Ja Jackpot Okay, was sagt die Map Ähm, gut Das kriegen wir hin Das kriegen wir einfach gebacken War ja nicht sonderlich schwierig So Und nach oben Ist ja richtig so Dann haben wir jetzt halt ein Mittelteil ausgelassen Was soll's Er hebt sich nie an den Zeilen Das macht mich aggressiv Er hebt sich nie dran Ich schwöre euch Der macht es nett Amen Nein Er fällt runter Was tut er So So, komm Geh wieder runter Hässliche, fette Spinne Nein So Amen Ja Halt die Fresse, Spinne Bäm 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 Ne, 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 ne So nicht mit mir, ne Ab nach oben Zu, Quack Ah ja Da wartet jetzt noch ein Panzerknacker auf mich So, du Ollerlappen Bäm Und Bäm Nein, ich hab da oben Na toll Jetzt sind die Juwelen da weg Du Ziege Gehst mir bitte aus dem Weg So Ja, ja Ist alles geritzt Die Ziege Also die pissen mich am meisten an So Amen Quack, mein Guter Wir reden uns In der nächsten Folge Bis zum nächsten Mal Euer Basti Ciao Ciao